Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin Monsignor Georg Austen, der Generalsekretär des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken. Die Liebe ist ja das zentrale Gebot, das uns Jesus mit auf den Weg gegeben hat, die Gottes- und die Nächstenliebe. Und mit der Unterstützung für die Glaubensgeschwister in der Diaspora können auch sie zu Liebesboten werden. Als Hilfswerk für den Glauben hilft das Bonifatiuswerk, lebendige Glaubens- und Lebensorte für Katholiken in der Minderheit zu schaffen. Ein Projekt, das wir dieses Mal besonders fördern wollen, ist das Familienzentrum Kerbscher Berg in Thüringen. Ein wertvoller Ort des Glaubens und der Begegnung. Ja, guten Tag. Ich bin Pia Schröter, die Leiterin des Familienzentrums seit sieben Jahren. Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg gibt es seit 25 Jahren. Hier finden unterschiedliche Tagesveranstaltungen, Kurse, Beratungen, Seminare, Freizeitangebote statt für junge Familien, aber auch für Senioren und Seniorinnen. Das Haus wird getragen vom Bistum Erfurt und gefördert vom Land- und Landkreis sowie vom Bonifatiuswerk. Am Diaspora-Sonntag, dem 21. November, wird in allen katholischen Gottesdiensten das Anliegen der Diaspora aufgenommen und auch in der Kollekte für unsere Arbeit gesammelt. Werde Liebesbote. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr die bundesweite Diaspora-Aktion des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken. Auch wir kennen die Situation, in einer religiösen Minderheit zu leben. Nur knapp über 10 Prozent der Bevölkerung zwischen der Nordseeküste, Bremen und dem Harz sind katholisch. Die Hilfe für die Mitchristen in der Diaspora ist ein Zeichen der Nächstenliebe. Deswegen lade ich Sie ein, werden auch Sie Liebesbote und unterstützen Sie das Bonifatiuswerk mit einer Spende am Diaspora-Sonntag am 21. November. Herzlichen Dank.